Aber heute soll es um die Kritik der Nation gehen und ich würde das gerne versuchen in drei Teilen abzuhandeln, zu drei Sachen etwas zu sagen und auszuführen. Wir können eine Diskussion dann ja sehen, wo eurerseits da weitergehendes Interesse besteht. Zum einen würde ich gerne versuchen, obwohl das eigentlich gar nicht geht, zur Kritik der Nation ganz allgemein etwas zu sagen. Also unabhängig davon, über welche konkrete Nation wir eigentlich reden. Weil das eben eigentlich gar nicht geht, würde ich als zweites dann gern spezifisch zu der Nation, in der wir das Ganze hier praktizieren, diese Kritik der Nation, etwas sagen, also zur Besonderheit der deutschen Nation. Und als drittes würde ich gerne relativ ausführlich etwas zu dem großen Sonderfall von Nationen und Nationalismus ausführen, nämlich zur israelischen Nation, beziehungsweise zum jüdischen Nationalismus, also dem Zionismus. Das heißt erst also allgemein eine Kritik der Nation und dann in gewisser Weise die beiden Extreme, die beiden extremsten Pole, die im Rahmen dieses Nationalismus dann existieren, nämlich der Deutsche auf der einen Seite, oder das, was deutsch ist auf der einen Seite, und der Zionismus als ein Abwehrmechanismus, als eine Reaktion auf bestimmte Ergebnisse dieses deutschen Nationalismus auf der anderen Seite. Das Ganze wird einigermaßen abstrakt und theoretisch angelegt sein, aber zum einen sind wir ja auf der Universität und zum zweiten schaut das eh so aus, als wenn sich da das interessierte Fachpublikum sozusagen versammelt hat. Also wahrscheinlich hat der eine oder die andere sich zumindest schon ein paar Gedanken darüber gemacht, was es mit Kritik der Nation so auf sich hat, aber ansonsten hoffe ich für andere, für die das vielleicht erstmal ein wenig überfordernd klingt, diese etwas abstrakteren, theoretischeren Ausführungen, dass wir in der Diskussion dann einfach versuchen können, gemeinsam das an Beispielen deutlicher zu machen, worauf ich damit eigentlich hinaus wollte, falls es nicht eh schon klar wird in dem Vortrag. Zunächst also ein paar Worte, ein paar Ausführungen zur Kritik der Nation, zur Nation im ganz allgemeinen Sinne und zum Nationalismus. Wenn man versuchen sollte, das zu definieren oder in einem Satz zu fassen, denke ich, könnte man sagen, dass Nationalismus die unumrundene Identifizierung mit dem je eigenen Staat ist. Die Menschen, die Individuen, die in der bürgerlichen Gesellschaft leben, sind nicht einfach nur Menschen oder sind eben nicht einfach nur Individuen, so wie sie auf die Welt gekommen sind, sondern diese Menschen sind immer bürgerliche Subjekte. Das heißt, diese Menschen, diese Individuen sind sozusagen mit all ihren menschlichen Regungen, mit ihren Empfindungen, mit ihren Bedürfnissen, mit all dem, was sie als Individuum, als Einzelner, als Einzelne ausmacht, in das Korsett dieser bürgerlichen Subjektivität gezwängt. Und diese bürgerliche Subjektivität bedeutet, dass sie sowohl Warenmonaden als auch Staatsbürger sind. Oder mit anderen Begriffen, es bedeutet, dass sie sowohl Bourgeois, also Wirtschaftssubjekt sind, als eben auch politisches Subjekt, Citoyens, Staatsbürger oder Bürgerinnen. Und als solche, als Staatsbürger, sind sie stets Nationalstaatsbürger oder Bürgerinnen, also Angehörige einer Nation. Auf einer phänomenologischen Ebene, auf einer rein beschreibenden Ebene, kann man Nationalismus wahrscheinlich am kürzesten so fassen, er umfasst jede explizite oder implizite positive Bezugnahme auf eine Nation, sei es eine materiell existente oder auch ideell vorgestellte, also erst zu errichtende Nationen, in der Zukunft erst zu errichtende Nationen. Wenn man das zugrunde legt, dann wird natürlich von vornherein auch jegliche grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem kritikwürdigen Nationalismus auf der einen Seite und einem irgendwie fortschrittlichen Patriotismus auf der anderen Seite hinfällig. Also viele von euch, die irgendwann mal mit Leuten über Kritik der Nation diskutiert haben, werden diese Unterscheidung schon mal gehört haben. Wenn man im Prinzip beliebige Zeitungen in Deutschland auflegt, wird man in Pfölzern genau diese Unterscheidung mal finden, wo man sagt, der Nationalismus ist eine schlimme Sache, weil da stellt man die eigene Nation über andere. Aber der Patriotismus ist eine gute, wichtige und gesunde Sache und den sollte man eigentlich fördern. Die Unsinnigkeit dieser Unterscheidung hat ein schlauer Mensch wie Theodor W. Adorno bereits in den 60er Jahren thematisiert, als er geschrieben hat, gesundes Nationalgefühl vom pathischen Nationalismus zu scheiden, ist so ideologisch wie der Glaube an die normale Meinung gegenüber der Pathogenen. Unaufhaltsam ist die Dynamik des angeblich gesunden Nationalgefühls, also das, was dann immer unter Patriotismus fungiert, zum Überwertigen, weil die Unwahrheit in der Identifikation der Person mit dem irrationalen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft wurzelt, in dem die Person zufällig sich findet. Soweit Adorno. Der Unterschied zwischen dem Nationalismus ausgewiesener Nazis und jenem von ausgewiesenen Demokraten ist also ein, zumindest auf einer theoretischen Ebene, wenn man so eine theoretische Kritik formuliert, ist zunächst einmal ein gradueller und kein prinzipieller Unterschied. Die Unterschiede zwischen dem Nationalismus, der sogenannten Rechtsextremen, und dem der Gesellschaft, aus der dieser Rechtsextremismus ja überhaupt ist, erwächst, sind also keine grundsätzlichen. Nationalismus ist eben keine Einstellung von ein paar Rechtsextremen, sondern weitgehender Konsens in der bürgerlichen Gesellschaft, zumindest dann, wenn man diese Beschreibung, die ich am Anfang zugrunde gelegt habe, der Überlegung zum Nationalismus, der Bestimmung zum Nationalismus zugrunde legt, wenn man sagt, jede positive Bezugnahme auf die eigene Nation fällt unter diesem Nationalismus. Was die Rechtsextremen oder die Nazis fordern, ist eben eine Radikalisierung dessen, was in der demokratischen Gesellschaft ohnehin alle wollen. In der traditionellen Linken nun, und zwar sowohl von orthodoxen Parteimarxisten, als auch von undogmatischeren Figuren, wie in den Autonomen, in dieser traditionellen Linken konnte man früher zwei Annäherungsweisen an den Nationalismus unterscheiden, zwei Annäherungsweisen, die sich allerdings, wie ich denke, nicht ausschließen, sondern vielmehr ergänzen. Lange wurde dieser Nationalismus in bestimmten Ausprägungen als etwas Positives begriffen, also als ein Vehikel zur Emanzipation, insbesondere wenn man über den Trikorn, die sogenannte Dritte Welt, geredet hat, wo man gesagt hat, ist dieser Nationalismus also ein Instrument zur sozialen Befreiung, ein Instrument zur Überwindung von Herrschaftsverhältnissen und solchen Sachen. Oder, wenn man ihn als etwas Negatives angesehen hat, den Nationalismus, dann hat man ihn ganz ähnlich wie auch so Dinge wie Antisemitismus oder Rassismus als eine Ideologie der sogenannten herrschenden Klasse angesehen, eine Ideologie, die als ein Instrument, als ein Herrschaftsinstrument bewusst eingesetzt wird, also womit die Herrschenden dann eben, um ihre eigene Herrschaft abzusichern, ganz bewusst diese Ideologie in die Welt setzen würden, um die sogenannten Beherrschten zu spalten und von ihrer eigentlichen welthistorischen Mission, also Weltremonitionen und solchen Dingen abzuhalten. Nationalismus als eine objektiv notwendige Basisideologie von einem kapitalistischen und staatlich organisierten System zu begreifen, das bleibt solchen Betrachtungsweisen natürlich völlig fremd und unverständlich. Diese traditionellen Betrachtungsweisen aus der Linken, die im Übrigen auch ihre Gegenparts dann sozusagen in nicht-linken Theoriebildungen haben, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, diese Betrachtungsweise des Nationalismus in der traditionellen Linken läuft im Prinzip nur mal darauf, dass man den Nationalismus seiner Klientel nur als eine aufoktroyierte Ideologie betrachtet. Und dagegen gilt es eben die Bewusstseinsform der bürgerlichen Subjekte, wie eben zum Beispiel den Nationalismus, als Ausdruck einer Gesellschaft zu begreifen, die auf einer fetischistischen Wertverwertung beruht, auf einer unbegriffenen Kapitalanhäufung, also auf all dem, was Karl Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie versucht hat, nicht nur zu analysieren, sondern eben zu kritisieren. Es geht also darum, Nationalismus nicht, wie es das bürgerlich-demokratische Bewusstsein praktiziert, als Wahn einiger Nazis sozusagen zu exterritorialisieren, also auf eine ganz bestimmte, relativ kleine oder in Magdeburg vielleicht auch größere, gesellschaftliche Gruppe auszugrenzen und einzugrenzen. Und es geht auch nicht darum, wie das linksdemokratische oder auch linksradikale Bewusstsein es betreibt, den Nationalismus nur als Verschleierungstaktik der Herrschenden zu verharmlosen, sondern ich denke, es geht darum, ihn als eine Art objektiven Wahn der wertverwertenden Gesellschaft zu kritisieren. Wenn ich hier dagegen argumentiere, dass der Nationalismus nur ein Herrschaftsinstrument sei, so heißt das allerdings nicht, dass in ihm nicht Momente einer Verschleierung vorhanden wären. Diese sind aber eben nicht oder nicht ausschließlich als bewusst eingesetzte Manipulationsinstrumente zu charakterisieren. Der Nationalismus ist vielmehr eine objektive Form des Wahns, der die qua Ökonomie verhängte und qua Politik und Staat verwaltete potenzielle Überflüssigkeit der Arbeitskraftbehälter, die auch die permanente Überflüssigkeit der Menschen als Individuum zwar verschleiert, aber gleichzeitig die Subjekte dazu bringt, nach eben genau diesem Schleier zu lächzen. Es ist also eine Verschleierung, die von den einzelnen Subjekten auch ganz bewusst ist, ein schwieriger Begriff in dem Zusammenhang, aber die auf jeden Fall gewollt wird, also wonach sie lächzen, wonach sie streben. Die Angst vor der eigenen Überflüssigkeit lässt die Subjekte nach dieser realen Lüge der Nation ganz offensichtlich verlangen. Der Nationalismus ist demnach also eine notwendige Ideologie für all jene, die sich nicht in ein kritisches Verhältnis zu Staat und Kapital setzen. Das Dasein als Nationalstaatsbürger und als aktive, praktizierende Nationalisten und Nationalistinnen ermöglicht offensichtlich die endgültige Affirmation von Kapital und Staat. In der Nationalismusrede muss man natürlich fragen, was ist nun eigentlich eine Nation und wie ist sie entstanden? Wiederum relativ abstrakt, also das soll jetzt auch kein historischer Vortrag werden, wie die Nation im Einzelnen in unterschiedlichen Ländern sich herausgebildet hat. Die Nation entsteht zum einen aus der widersprüchlichen Liaison, die Staat und Kapital miteinander eingehen und zum anderen, was aber nichts anderes ist, sondern eben zu dieser Liaison von Kapital und Staat, jeweils in den Nationalstaaten dann unterschiedlichen Ausprägungen immer dazugehört, zum anderen aus der zugleich zwanghaften, wie auch freiwilligen Integration des Faktors Arbeit in den Staat und damit in die Nation. In Deutschland im Prinzip Ende 19. Jahrhundert, 1870, 71 Reichsgründung und dann die Geschichte der Integration und Selbstintegration der deutschen Arbeiterbewegung in den Staat und in die Nation, um es an dem Punkt doch etwas konkreter zu machen. Die bürgerliche Subjektivität, die Warentausch und Produktion will und ja auch wollen muss, muss auch das organisierte Gewaltmonopol wollen, also den Staat. Und da dieser in Form des Nationalstaats existiert, ist die Verkörperung der Warenmonaden, also dieser bürgerlichen Subjekte, sowohl in ihrer bourgeoisen als auch in ihrer proletarischen Ausprägung, also egal zu welcher Klasse man im klassischen Sinne gehört, nur als aktiver Nationalist oder Nationalistin zu haben. Die aus dem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negative Vergesellschaftung, also Fetischismus, für die Leute, die das nicht kennen, ist ja nicht im sexuellen Sinne von Freud gemeint, sondern so wie Marx das in der Kritik der politischen Ökonomie entwickelt hat, dass er sagt, es gibt aufgrund der Struktur dieser Gesellschaft ein notwendig falsches Bewusstsein von den inneren Zusammenhängen dieser Gesellschaft, ein Bewusstsein, was sich dann auch im Handeln widerspiegelt. Das ist ein Handeln, was dazu führt, dass die Bewegungsgesetze der Gesellschaft sich hinter dem Rücken der Menschen durchsetzen, obwohl die Leute selber handeln. Das ist nur so ein paar Schlagworte zu diesem Begriff des Fetischismus. Die aus diesem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negative Vergesellschaftung bringt offenbar die Notwendigkeit einer verdinglichen Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungen hervor. Die Herrschaft der abstrakten Wertverwertung erzwingt offenbar die Existenz der Nation als etwas scheinbar Allgemeinem und Wahren. Das heißt, die Nation dient als positives Konkretum, auf das sich diese wahren Subjekte dann kollektiv beziehen können und mit denen sie sich gemeinschaftlich identifizieren können. Es gibt ansonsten auch nicht viel, weil in diesem Wirtschaftsleben zum Beispiel, das heißt zwar in der Ideologie der Alltagssprache immer, man spricht von Tauschpartnern und so etwas, aber in der Ökonomie steht man sich in erster Linie als Gegner gegenüber, völlig egal, ob man das möchte oder nicht. Es gibt dort also nicht viel, worauf man sich gemeinschaftlich beziehen könnte, weil man objektiv in einem Konkurrenzverhältnis steht. Dieses positive Konkretum findet sich aber eben in der Nation. Die Nation mit ihrem Kult der Unmittelbarkeit verschleiert die gesellschaftlichen Vermittlungen. In ihr fällt alles in eins. Mein Kollege Gerhard Scheidt hat das einmal sehr schön geschrieben, als er gesagt hat, sie lässt das Abstrakte konkret erscheinen, das Anonyme persönlich. Dieses bürgerliche Subjekt, was also als aktiver Nationalist agiert, ist offensichtlich nicht in der Lage, Identität aus sich selbst zu gewinnen. Seine Bestimmung ist es, verwertbar und herrschaftskompatibel zu sein. Also wieder in dieser Zweiteilung von bourgeois und Wirtschaftsobjekt politischer Staatsbürger. Es muss, soll und will auch sowohl produktiv als auch staatsloyal sein. Gerade ersteres aber, also dass man produktiv ist, seine Betätigung als Benutz- oder Fernutz- und verwertbarer Kapitalteil, das wird ihm immer wieder verwehrt. Um seine Identität dann dennoch aufrechterhalten zu können, wird es umso loyaler, dient sich also vom Kapital verstoßen, umso hingebungsvoller dem politischen Souverän, also dem Staat an. Dem Staat, dem man in letzter Konsequenz das eigene Leben zur Verteidigung der Nation anbietet. Ich weiß nicht, ob das heute noch stimmt, aber in den 90er Jahren gab es auf jeden Fall diese Entwicklung, die man kurz so zusammenfassen konnte, je arbeitsloser das zu Bundeswehr. Das wäre ein empirischer Hinweis auf genau so einen theoretischen Zusammenhang, dass man letzten Endes noch die eigene Körperlichkeit und das eigene Leben, also dem politischen Souverän anbietet, zur Verfügung stellt, um seine politischen Interessen, also die politischen Interessen des Staates, letzten Endes mit seinem eigenen Leben in der Welt durchzusetzen. Die Identifikation mit der Nation, mit dem Volk ist dabei freiwillig und erzwungen zugleich. Die Rekrutierung der Nationalstaatsbürger erfolgt ja ohne diese nach ihrem Einverständnis zu fragen. Eine Tatsache, die man eigentlich als Skandal bezeichnen müsste, ein Skandal, der heute aber ja bekanntlich als Selbstverständlichkeit durchgeht. Kaum ist man auf der Welt, noch bevor man seinen ersten Laut von sich gibt, ist man ja bereits zwangsrekrutiert für dieses staatliche und nationale Kollektiv. Also vermutlich ist niemand von euch irgendwann mal gefragt worden, ob er eigentlich deutscher Staatsbürger oder Bürgerin sein möchte oder auch irgendwie Staatsbürger oder Bürgerin von irgendeiner anderen Nation. Und bekanntlich ist diese Zwangsrekrutierung geht eben nicht nur einher mit gewissen Rechten, die der Staat einem, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, gewährt, sondern in erster Linie geht es mit einer ganzen Reihe von Pflichten einher, die der Staat einem also auferlegt, wiederum ohne, dass man da irgendwie groß gefragt würde. In der Regel stimmen die Subjekte dieser Verpflichtung aber auch zu, spätestens dann, wenn die eigene Arbeitskraft nicht mehr als produktiv gilt und man also seine Rechte daher wenigstens damit legitimieren möchte, dass man doch als Zugehöriger zur Nation sein Lebensrecht trotz Unproduktivität noch nicht verwirkt hat und dass man also anfängt, genau den Gegensatz zu betonen zu den Ausländern, zu Ausländern, die ja überhaupt erst durch die nationalstaatliche Einteilung dieser Welt in die Welt gesetzt wurden. Also wenn es keinen Nationalstaat gäbe, gäbe es bekanntlich auch keine Ausländer und Ausländerinnen. Aber auch ohne solche privaten oder gesellschaftlichen Krisensituationen gelten die Nation und ihr Staat als Einrichtung zum Wohle aller, also als Garant, je nach Möglichkeit Kapital zu verwerten oder die eigene Arbeitskraft zu verkaufen. Dabei weder die Zugehörigkeit zum Volk noch die Affirmation von Tausch, Staat und Nation den Subjekten nun eine Garantie für ihre produktive Vernutzung bietet. Die produktive Vernutzung, die ja so man nicht selber irgendwie über Kapital verfügt, was die große Mehrheit der Menschen ja nicht macht, eine produktive Vernutzung, die also die einzige Möglichkeit zur individuellen Reproduktion ist. Also kurz gesagt, man muss ja Geld verdienen und das macht man halt dadurch, dass man sich selber zu produktiven Vernutzungen irgendwie auf dem Markt anbietet. Da es keine Garantie genau dafür gibt, drängen diese Subjekte permanent zur Artikulation einer konformistischen Revolte, einer konformistischen Rebellion. Und Ausdruck dieser konformistischen Revolte sind neben dem gesellschaftlich anerkannten Nationalismus, eben insbesondere solche Dinge wie Antisemitismus und Rassismus, die als Basisideologien dieses nationalstaatlichen Systems begriffen werden müssen. Als bekennender Nationalist, und ich rufe nochmal in Erinnerung, das ist ja eine sehr allgemeine Bestimmung von Nation und Nationalismus, und das müsste man dann in weiteren Schritten, muss man das eben versuchen, auch auszudifferenzieren. Trotzdem glaube ich, dass man das sehr allgemein formulieren kann. Als bekennender Nationalist sieht sich das bürgerliche Subjekt in einem permanenten Zwei-Fronten-Krieg, nämlich einen Zwei-Fronten-Krieg gegen die vermeintlich Überwertigen, die als Bedrohung wahrgenommen werden, und auf der anderen Seite gegen die im Sinne der Wertlogik, also der ökonomischen Wertlogik kapitalistischer Produktion, im wahrsten Sinne des Wortes Minderwertigen, Unterwertigen, die aber trotzdem ebenfalls als Bedrohung, wenn auch als eine anders geartete Bedrohung, wahrgenommen werden. Gegen Erste, also gegen diese als Überwertigen, als Überlegen imaginierten richtet sich dann der Antisemitismus. Gegen Letztere, gegen diese Minderwertigen, eher nicht mit Gesellschaftlichkeit, sondern mit Natur identifizierten Menschen, richtet sich in einer idealtypischen Bestimmung dann der Rassismus. Vielleicht ist das einer der Punkte, wo wir in der Diskussion nachher auch näher darauf eingehen können, warum ich da diese Unterscheidung eigentlich mache von Rassismus und Antisemitismus und was die im Einzelnen dann bedeutet. Soweit ein kleiner Gewaltritt durch einen Versuch einer zugegebenermaßen sehr abstrakten und theoretischen Bestimmung, oder Bestimmung ist viel zu hoch gegriffen, ein paar Ausführungen, ein paar Gedanken zu dem, was eigentlich Nation und Nationalismus auf so einer allgemeinen Ebene ausmacht, was das ist. Und da habe ich schon gesagt, dass das so eigentlich gar nicht geht, also dass man da auf keinen Fall stehen bleiben kann, bei so einer ganz allgemeinen Nations- und Nationalismuskritik, die überhaupt keine Besonderheit, die überhaupt keine Rücksichten auf die Besonderheiten nationaler Kollektive nimmt. Die Nation existiert eben immer nur im Konkreten und mit ausgesprochen unterschiedlichen Ausprägungen. So wie sich auch die Fetischisierung des Staates ja immer auf einen ganz konkreten Staat bezieht und in der Regel nicht auf Staatlichkeit als solche, so feiert der Nationalismus ja nun auch immer eine ganz bestimmte Nation ab. Und darum unterscheidet sich so ein Fetischismus des Staates oder auch ein Fetischismus der Nation, wenn man das mit dieser Begrifflichkeit fortführen möchte, von diesem sehr anonym und abstrakt existierenden Warengeld- und Kapitalfetischismus, wie er in der Kritik der politischen Ökonomie von Marx beschrieben wird, der in jeder Nation gleich funktioniert, sobald es kapitalistische Produktionsweise gibt. Es gibt Unterschiede in der Ausprägung der kapitalistischen Produktionsweise und so, aber diese Grundgesetzlichkeiten, wie Marx in der kritikterpolitischen Ökonomie im Kapital, vor allem auf den ersten 100 Seiten, im ersten Band, versucht darzustellen, wo es um die grundlegenden Bewegungsgesetze, so einer wertverwertenden, kapitalakkumulierenden Ökonomie geht, die sind abstrakt und immer bleiben sich auch in gewisser Weise immer gleich. Das heißt, hier unterscheidet sich dieser etwas konkretere Fetischismus eben genau von so einem Warengeld- und Kapitalfetischismus, ähnlich wie bei Formen des sexuellen Fetischismus, setzt die Mythologie der Nation ein gewisses Maß an Bewusstheit voraus, ein gewisses Maß an Bewusstheit, was bei diesem Warengeld- und Kapitalfetisch eben gerade nicht existiert. Das ist gerade die Grundbedingung für so einen Warengeld- und Kapitalfetischismus, dass er einfach praktiziert wird von den Menschen, ohne dass es da ein Bewusstsein von gibt, was man dort eigentlich tut. Ich habe das andere Beispiel, daran wird es vielleicht deutlicher, darum bringe ich das überhaupt nur mit rein und sexuellen Fetischismus, also wenn man sich diese Schriften von Freud darüber anschaut oder wenn man eine moderne Untersuchung darüber kennt, jemand, der irgendwie nicht Fußfetischist ist, weiß das in der Regel und lebt mit diesem Fetisch auch sehr gut und das ist eine Art von bewusster Fetischisierung eines bestimmten Gegenstandes und sagt, ja das bringt halt sexuelle Stimulanz, warum auch immer stehe ich darauf und dann ist das okay. Das ist eine Art bewusster Fetischismus und dieser Warengeld- und Kapitalfetischismus, eine seiner zentralen Bestimmungen ist eben gerade, dass das etwas Unbewusstes ist und man könnte bei der Nation wahrscheinlich so sagen, das ist so, das ist irgendwie so dazwischen, das ist bewusst und unbewusst zugleich. Unter anderem deswegen ist es eben so wichtig zu unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen, die es von Nationen dann gibt und also auch zu unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Formen von Nationalismus, weil die sich eben auf ganz unterschiedliche überhaupt sogar Konzeptionen von Nation beziehen. Der Unterschied zwischen sogenannten Staatsbürgernationen und Volkstumsnationen oder zwischen so Abstammungsgemeinschaften und welche, die das Territorialprinzip für sich in Anspruch nehmen, ist ja ganz augenscheinlich. Dennoch, denke ich, kann diese Differenzierung zwischen einem Just Soli und Just Sanginus, also einem Bodenrecht, einem Territorialprinzip, Just Soli, oder diesem Blutsrecht, dem Abstimmungsrecht, dem Just Sanginus, also diese Unterscheidung zwischen Staatsbürgernationen und den Anhängern atavistischer, moderner Abstammungsgemeinschaften. Dennoch kann diese Potenzierung keine, dennoch kann diese Unterscheidung keine Depotenzierung der allgemeinen Kritik der Nation bedeuten. Also doch nochmal zurück zu einer allgemeineren Kritik. Sowohl Nationen, die sich auf ein Geburtsrecht berufen, also wie weitgehend Deutschland, ganz eindeutig Österreich, viele osteuropäische Nationen, als auch solche, die sich diesem, nein, umgekehrt, die haben sich genau nicht diesem Geburtsrecht verschrieben, sondern dem Blutsrecht. Also in Deutschland gibt es nach wie vor ein Staatsbürgerrecht, auch wenn das Unterdrück-Grün leicht modifiziert wurde, wo es im Prinzip darum geht, dass man deutsche Vorfahren hat, also dass man deutsches Blut in seinen Adern hat. Deswegen war es früher, bis es diese Leichtmodifizierung noch nicht gegeben hat, war es noch viel eindeutiger. Also wenn jemand irgendwie nachweisen konnte, dass er vor fünf Generationen in Russland eine deutsche Großmutter hatte, dann war er Deutscher und irgendwelchen Türkenkits, die in der dritten Generation hier leben und hier geboren sind, aber eben keine deutschen Vorfahren haben, sind erst mal qua Geburt keine Deutschen. In Österreich ist das bis heute in genau dieser klassen Form so und auf der anderen Seite gibt es eben Nationen wie zum Beispiel die USA, die also eine andere Form von Staatsbürgerschaftsrecht haben, auch wenn das auch ständig diskutiert wird, ob das so bleiben soll und so, aber vom Prinzip her, vom Grundgedanken her in den USA, wenn ich es richtig im Kopf habe, sogar bis heute, ohne einschränkenden Abtaxis auch, wenn man auf dem Territorium der USA geboren wird, hat man die Möglichkeit, die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Andere Beispiele, klassische Beispiele für dieses Territorialprinzip wäre Frankreich, wobei das aber da auch schon ein bisschen aufgeweicht wurde. Aber egal, ob man sich auf dieses Geburtsrechts beruft oder eben dem Blutsrecht verschrieben hat, alle diese Nationen, alle diese nationalen Gemeinschaften sehen sich erst mal ja vor das gleiche Problem gestellt. Es muss immer beantwortet werden, wer wann und warum zur Nation gehört. Und wer nicht, natürlich auch. Das heißt, die Frage ist die gleiche, aber die Antwort ist dann eben eine andere. Nur die Kritik muss eben bereits an dieser Fragestellung ansetzen, weil bereits in ihr, unabhängig von der jeweiligen Beantwortung, die Negation des Menschen als freies und selbstbestimmtes Individuum angelegt ist. Das heißt, die Konstruktion eines prinzipiellen Gegensatzes zwischen völkischem und rottikanischem Nationalismus verbietet sich allein schon deswegen, da beide auf dem Prinzip der Exklusivität beruhen und natürlich beruhen müssen. So groß und so wichtig die konkreten Unterschiede dann auch zwischen diesen beiden Nationskonzepten und den realen Nationen, die sich auf so etwas beziehen, sein mögen und so sehr diese Unterschiede, um es noch deutlicher zu machen, für einzelne Menschen, wie auch für zu Volksgruppen sich selbst kollektivierenden oder zwangskollektivierten Menschen eine wirklich existenzielle Bedeutung haben. Also es geht da oft um eine Frage von Leben und Tod in der Praxis. So sehr das so ist, verbietet es sich trotzdem auf der theoretischen Ebene so einen prinzipiellen Unterschied zu behaupten. Es geht also darum, dass man in der Kritik beide Modelle als zwei verschiedene Ausprägungen desselben und durchaus falschen Prinzips nationaler Vergesellschaftung kenntlich macht. Nur aber wirklich zur Spezifik Deutschlands. Auch das relativ abstrakt und theoretisch. Die praktische und historische Besonderheit Deutschlands ist klarlich eh weitgehend bekannt. Die spezifische Kritik Deutschlands, welche eben die von Deutschen begangenen Untaten nicht in einem allgemein gehaltenen Antinationalismus verschwinden lässt. Diese spezifische Kritik reflektiert die spezifisch deutsche Antwort auf die soziale Frage, also den Nationalsozialismus. Allgemein kann man das vielleicht so fassen, auch wenn die Aufhebung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit in der Volksgemeinschaft, also wie es im Nationalsozialismus eben nicht nur propagiert, sondern wirklich praktiziert wurde, als real existierende Ideologie, also auch als Praxis, auch wenn diese Aufhebung des Widerspruchs von Kapital und Arbeit in der Volksgemeinschaft und auch wenn die Verlängerung eines antikapitalistischen Ressentiments zum Massenmord, also zum Massenmord an Juden, an einem zugleich abstrakten wie auch biologisch konkretisierten inneren und äußeren Feind, auch wenn das allen bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften als Möglichkeit innewohnt und das tut es, in Deutschland ist genau das eben Realität geworden. Nationalismus bedeutet immer die ideologische Affirmation von Kapitalproduktivität und Staatsloyalität in diesem quasi nationalen Produktionsraum des Kapitals. Der deutsche Nationalismus hingegen, wie er sich im Nationalsozialismus dargestellt hat, impliziert zudem Vernichtung von Menschen um der Vernichtung willen. Also, die in Auschwitz und anderswo praktizierte Übersetzung einer irrationalen, nahezu pathologischen Rationalität, nämlich die Rationalität kapitalistischer Warenproduktion und staatlicher Herrschaft in einen ebenso industriell wie auch handwerklich betriebenen Massenmord. Und dieser Massenmord wäre dann vor so einem ideologiekritischen Hintergrund zu verstehen als Ausdruck des natürlich nicht verwirklichbaren Wunsches, die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses oder überhaupt alles, was als abstrakt, bedrohlich, künstlich, volkszersetzend, zerstörerisch und so weiter und so fort wahrgenommen wird, in Juden und Jüdinnen zu biologisieren und in ihnen quasi auszurotten. Also die abstrakte Seite des Kapitalverhältnisses abzuschaffen, um das Kapitalverhältnis als solches zu retten. Das ist natürlich ein völlig wahnhaftes Unterfangen. Wir reden hier von wahnhaften Projektionen, die solch eine Ideologie, die solch einen Nationalismus prägen. Aber das wissen wir eben heute und das hat durchaus eine zentrale Bedeutung auch für Diskussionen über heutige Bedrohungspotenziale und Szenarien. Dass so eine Ideologie völlig wahnhaft ist, dass das real natürlich gar nicht geht, das Konkrete im Kapitalismus vom Abstrakten zu befreien, ist kein Argument dagegen, dass es Menschen, Staaten und Nationen oder heute könnte man fortführen, Rackets oder Racket-artige Staaten nicht versuchen, trotzdem in die Tat umzusetzen. Also ausgehend wirklich von so einer wahnhaften Ideologie, von solch einer Form von Nationalismus, die ganz offen eben auf so einen Vernichtungsantisemitismus dann auch setzt, davon ausgehen, wirklich sowas wie Realpolitik zu betreiben, also tatsächlich zu versuchen, das geschichtlich wirksam werden zu lassen, Wirklichkeit werden zu lassen. In der Regel tendieren Nationalstaaten zum völkisch-biologistischen Nationalismus, wenn die ursprüngliche, sich meist der fortschrittlich gerierende Idee der Nation abgewirtschaftet hat. In Deutschland hingegen stand der völkisch-biologistische Nationalismus schon am Beginn der Konzeption einer deutschen Nation. Sind Nation und Kommunismus ohnehin schon ein Widerspruch, so lässt sich das genaue Gegenteil von Freiheit, also der größtmögliche Gegensatz zu einer freien Assoziation, freie Individuen, wahrscheinlich kaum besser ausdrücken als genau in diesem Begriff Deutschland. Das, was hier mit Deutschland gemeint ist oder das, was hier als deutsch begriffen wird, wird hier natürlich in dem Sinne einer Ideologiekritik verstanden. Das handelt sich also dabei nicht, wie einem ganz gern ja in einem böswilligen Unverstand unterstellt wird oder insbesondere wie versucht wurde, so eine Kritik am Beginn der 90er Jahre überhaupt mal in der Linken irgendwie diskutabel zu machen, vor allem unterstellt würde. Es handelt sich dabei natürlich nicht um sowas wie einen erblichen Nationalcharakter, sondern, wenn hier davon die Rede ist, von Deutschland, von dem, was deutsch ist, dann geht es um eine Art politökonomische Konstellation, eine Konstellation, in der eben auf Vernichtung gesetzt wird, in letzter Konsequenz, während üblicherweise in westlichen und kapital akkumulierenden Gesellschaften bestimmte Zwecke mit bestimmten Mitteln verfolgt werden, also wo Interessen verfolgt werden. Es geht bei dem Begriff des Deutschen Besonderen in Abgrenzung zum Nationalen Allgemeinen auch nicht in erster Linie um eine bestimmte Mentalität, sondern um eine spezifische Form kapitalistische Vergesellschaftung, die dann allerdings auch bestimmte eben typisch deutsche Sozialkarakter hervorbringt, die also aus sich heraus dann schon so etwas produziert wie eine bestimmbare Mentalität, über die man dann reden kann, aber die selber ist natürlich nicht der Grund. In Deutschland existierte eine besondere Form des Verhältnisses von Staat, Bürgertum und Gesellschaft, die letztlich zur Schuara geführt hat, die letztlich zum Nationalsozialismus geführt hat. Und diese Konstellation, in der aus der Not historischer Verspätung eine Tugend gemacht wurde, also beginnend am Ende des 19. Jahrhunderts und, das ist ein längeres Zitat von Clemens Nachbarn, der das immer sehr schön auf den Punkt gebracht hat, in der der das säumige Bürgertum substituierende Staat sich zugleich an die Spitze einer antibürgerlichen antisemitischen Volksbewegung setzt und schließlich mit der Gesellschaft zu einem mit massenmörderischer Aktionen gegen die Juden sich definierenden gesellschaftlichen Massenracket verschmilzt. Diese Konstellation kann deshalb als deutsch bezeichnet werden, weil sie sich in Deutschland erstmals etabliert hat und ihre bestialischen Potenziale voll entfalten konnte, aber sie ist kein historisch oder territorial eingrenzbares Phänomen, soweit Clemens Nachbarn. Und das heißt, sie ist weder auf den Staat Deutschland noch auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränkt, sondern resultiert eben aus einer spezifischen Ausprägung dieser wertverwertenden Vergesellschaftung. Und daher ist das, was deutsch ist, das, was unter diesem Begriff Deutschland überhaupt versucht wird, ideologiekritisch zu fassen, auch verallgemeinerbar. Ich habe schon erwähnt, dass Staat und Nationen eben nur als je konkrete zu fassen sind. Nachdem dieses spezifisch deutsche Krisenlösungsmodell, also mit Vernichtung und Weltkrieg im Nationalsozialismus Wirklichkeit wurde, nachdem also Deutschland die negative Dialektik von Staat, Nation und Kapital bis zur äußersten Konsequenz, eben zum Massenmord, getrieben hat, danach lassen sich die je unterschiedlichen Staaten und Nationen stets auf die deutsche Nation beziehen. Deutschland gerät so, wie Gerhard Scheiters einmal sehr schön gesagt hat, in Analogie zum Geld im Verhältnis zu den Waren, zu einer Art allgemeinem Äquivalent der Nationen. Das heißt, dass die Nationen sich zu Deutschland ein gewisses Verhältnis setzen, beziehungsweise dass auch die Kritik der Nationen genau das leisten muss, andere Nationskonzepte immer im Verhältnis genau zu dieser Konzeption dessen, was deutsch ist, zu begreifen, zu denken und zu kritisieren. Was daraus nun in Zukunft resultiert, lässt sich kaum prognostizieren, aus dieser Überlegung also, dass dieses Prinzip des Deutschen in einem ideologiekritischen Sinne verallgemeinerbar ist. In den letzten Jahren gibt es allerdings leider jede Menge Anzeichen dafür, dass es eine Art Verallgemeinerung dieses deutschen Krisenlösungsmodells gibt, dass es also Elemente dieser deutschen Ideologie gibt, Sie sehen es auch in anderen Gesellschaften, in westlichen Gesellschaften, adaptiert werden und das aber insbesondere in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern eine Entwicklung, die man, die weitsichtige Leute wie Adorn und Horkheimer schon in den 50er und 60er Jahren beobachtet haben, heute vor allem im arabischen und islamischen Raum zusehend Schule macht, nämlich dass genau da ganz bewusst und explizit an diese deutschen Formen von Krisenlösung angedockt wird, was letzten Endes, was so ziemlich die katastrophischste Vorstellung, wie er darauf hinauslaufen könnte, dass dieser Sonderweg Deutschland, von dem man früher gesprochen hat, darin endet, dass er zusehends zum Mainstream wird. Das war sozusagen der zweite Gewaltritt zu einer Kritik Deutschlands. Könnte man natürlich auch unendlich viel mehr dazu sagen, aber ich möchte ganz dringend noch etwas zu dem dritten Punkt sagen, nämlich zu diesem anderen Sonderfall des Nationalismus, nämlich dem Zionismus und dem Staat Israel. Denn die Frage kommt ja, käme ja sowieso, wenn ich an dem Punkt einfach aufhören würde, wie ist das denn, dass man irgendwie so eine konsequente und radikale Kritik der Nation formulieren kann und sich gleichzeitig hinstellen kann und was ich dezidiert tue, eine unmissverständliche Solidarität mit einer Nation postuliert, nämlich mit der israelischen, was selbstverständlich, um es deutlich zu machen, selbst auch die Solidarität mit der bewaffneten Selbstverteidigung dieser Nation impliziert. Wenn man noch mal was zu Israel- und Zionismus sagen möchte oder muss im Laufe dieses Themas, muss man natürlich noch mal ein paar Worte zum Antisemitismus sagen, denn entgegen der antiimperialistischen oder auch der nationalsozialistischen Propaganda der Zionismus ist eben eine der wichtigsten und der geschichtwirksamsten Reaktionen auf genau diesen Antisemitismus. Wenn ich von Antisemitismus rede, dann rede ich immer von einem Antisemitismus wiederum in einem ideologiekritischen Sinn oder vom Antisemitismus Begriff. Das heißt, auch der ist nicht zu haben ohne eine Kritik der politischen Ökonomie, ohne eine allgemeine Gesellschaftskritik. Das betone ich deswegen so, weil gerade in den letzten 15 Jahren Berge von akademischer Antisemitismus Literatur erschienen sind, wo der Antisemitismus irgendwie als eine besondere Form des Vorurteils abgehandelt wird, wo also die Beschäftigung mit dem, was man als spezifische Form eines Rassismus gegen Juden dann oft fasst, völlig losgelöst ist von einer allgemeinen Gesellschaftskritik und das steht im vollkommenen Widerspruch von einem Antisemitismus Begriff, wie ich ihn hier verwenden würde, wie ich ihn verstehen würde, der zurückgeht auf die Antisemitismus-Theorien und Überlegungen, die Antisemitismus-Kritik von Leuten Gardner und Horkheimer, die immer betont haben, das ist keine Spezialdisziplin irgendwie, weil man nun mal, weiß nicht, wenn man selber Jude ist oder irgendwie Philosemiten und die Juden so spannend findet, sondern es ist ein zentraler und elementarer Bestandteil einer allgemeinen Gesellschaftskritik. Es ist aber gleichzeitig etwas, diese Kritik des Antisemitismus, die ohne so eine allgemeine Gesellschaftskritik eigentlich überhaupt nicht zu verstehen ist, wenn man sich nicht darauf beschränken will, einfach empirisch zu beschreiben, was Antisemiten so von sich geben und ansonsten, was natürlich eine sinnvolle Sache ist, praktisch Antisemiten daran zu hindern, dass sie das in die Tat umsetzen, was sie tun. Wenn man darüber also ein bisschen mehr wissen will, sollte man sich zurückerinnern, das muss man heute leider betonen im akademischen Bereich, genau auf diese Ansätze der kritischen Theorie zu einer Antisemitismuskritik und insbesondere auf den ökonomiekritischen Kern dieser Antisemitismuskritik. Denn es sind Adorno und Horkheimer, die nicht nur wichtige psychoanalytische Elemente seiner Antisemitismuskritik formuliert haben, sondern auch in Kombination damit ausgehend von der Kritik der politischen Ökonomie von Marx, versucht haben, so einen ökonomiekritischen Kern der Antisemitismuskritik herauszuarbeiten. Dabei geht es eben darum, deutlich zu machen, wie Juden und Jüdinnen für die Zirkulationsfähre, für das Finanzkapital, letzten Endes für Geld, also für all das, was Antisemiten als bedrohlich, verwerflich zu setzen, volksfremd, unappetitlich und was weiß ich alles empfinden, sie genau damit zu identifizieren und wie letzten Endes aus solch einer Ideologie, aus solch einem Wahn, eine Art ressentimenthafter Antikapitalismus resultiert. Von dem übrigens, dass Marx schon wusste, dass er eine üble Sache ist. Ich empfehle da die leider viel zu selten gelesenen Theorien über den Mehrwert. Und Marx davon schreibt, dass über die sehr oberflächliche Kritik der damaligen Sozialdemokratie, die sich eben immer nur gegen die oberflächlichen Formen, nein, die sich mit einer oberflächlichen Kritik, die sich gegen das, genau, die sich gegen das zinstfragende Kapital richten wird. Also gegen eine, wie Marx wusste, nur eine Erscheinungsform des Kapitals, nämlich gegen die wunderlichste und der populärsten Vorstellung nächste Gestalt des Kapitals, das zinstfragende Kapital. Und dass dieses Kapital also der Angriffspunkt einer oberflächlichen Kritik bleiben wird. Und genau diese oberflächliche Kritik ist eben so ein ressentimenthafter Antikapitalismus, den man in seiner konsequentesten Form im deutschen Nationalsozialismus gefunden hat, mit seiner ganz expliziten Unterscheidung von jüdischem raffendem Kapital und eben als arisch definierten und begriffenem schaffendem Kapital. Aber das ist ja eine Unterscheidung, die keineswegs nur für Nazi-Antisemiten charakteristisch ist. Das ist etwas, um es deutlich zu machen, das ist eine Unterscheidung, auch wenn sie dann nicht mit dieser automatischen und ausgesprochenen expliziten Unterscheidung von jüdischem arisch einhergeht, aber diese Unterscheidung in böses, spekulatives und gutes, produktives Kapital, das ist etwas, was in fast allen politischen Richtungen anzutreffen ist. Man findet das auch permanent in der Populärkultur. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer der Film, weil sie ihn alle kennen, Pretty Woman. Da ist an keiner Stelle von Juden und dem Judentum die Rede und trotzdem ist der ganze Film die Geschichte einer Bekehrung eines üblen Finanzspekulanten hin zu einem produktiven Kapitalisten. Und zwar durch die bodenständige, verdammt gut aussehende Prostituierte. Am Schluss, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese Szene, aber die Schlussszenen laufen dann da, oder die Schlussszenen, weiß ich nicht, das ist natürlich die Vermehlung zwischen den beiden anderen irgendwie, aber kurz davor, also die Bekehrung besteht dann darin, dass dieser böse Finanzspekulant eben nicht mehr sagt, ich zerstücke die Unternehmen, verkaufe die dann, filetiere sie und mache böse Sachen, sondern sagt, jetzt produziere ich etwas. Ab dem Zeitpunkt ist er bekehrt und spätestens da wird die Liebe möglich. Ja, aber das ist wie gesagt nur ein populärbeispiel für so eine Unterscheidung, die wie gesagt nicht mit einer expliziten Zuschreibung, dass das jetzt irgendwie jüdisch sei, einhergeht, die aber trotzdem von der strukturellen Denkungsart natürlich genau solche Denkmuster bereits reproduziert. Was wollte ich eigentlich sagen? Der Zionismus, ja, zu dem kommen wir nicht. ist schon zu spät. Ja, es gibt also, schon Marx wusste, dass es also merkwürdige Formen eines ressentimenthaften Antikapitalismus gibt. In seiner zuspitzen Form ist dieser ressentimenthafte Antikapitalismus also bei den Nazis oder bei anderen Antisemiten anzutreffen. Letzten Endes ist das eben ein ressentimenthafter Antikapitalismus, der in so einer konformistischen Revolte sich vor allem artikuliert. Und ich habe vorhin schon gesagt, eine der wichtigsten Ausdrucksformen dieser konformistischen Revolte sind Dinge wie Nationalismus, Rassismus und insbesondere eben der Antisemitismus. Und gegen solch eine konformistische Revolte richtet sich dann eben auch die Parteilichkeit einer Kritik der Nation für eine ganz bestimmte Nation, nämlich für die israelische. Diese Parteilichkeit ist meiner Meinung nach nichts, was sich zu dieser Kritik irgendwie zufällig hinzugesellt. Also das geht irgendwie nicht, dass man sagt, ja man macht hier Kritik der Nation, aber wir machen eine Ausnahme, weil die ist alles irgendwie so cool, sondern, oder der Strand in Tel Aviv ist so toll oder irgendwie sowas, sondern es ist eine zwingende Konsequenz aus genau dieser Kritik der Nation. Es ist dies eine Kritik an einer staatlich organisierten und garantierten Vergesellschaftungsweise, die einen kapitalbedingten Krisencharakter gerade im Antisemitismus abspaltet. Ein Antisemitismus, der sich eben gerade in den letzten Jahren, seit ungefähr zehn Jahren in extremer Art und Weise heute gegen den jüdischen Staat richtet, allein schon aus Mangel an konkreten Hassobjekten in solchen Weltgegenden wie Ostdeutschland. Man kann diesen Zusammenhang zwischen einer radikalen Gesellschaftskritik und einer Solidarität, einer notwendigen Solidarität mit Israel eigentlich in drei Sätzen sagen, die den Verwertungsimperativen des Kapitals und den Herrschaftsimperativen des Staates gehorchene Gesellschaft bringt den Antisemitismus immer wieder hervor. Sie bringt den Antisemitismus immer wieder als eine Art wahnhaften Versuch der Konkretisierung des Abstrakten hervor. Der israelische Staat und der Zionismus, also der jüdische Nationalismus, sind die Reaktion auf diesen Antisemitismus. Die Parteilichkeit mit diesem Staat, mit diesem Nationalismus, wäre also schon daher für jede Kritik des kapitalbedingten Verhängnisses zwingend. Und weil es so einfach ist, wundert man sich, warum man darüber eigentlich heute doch immer noch diskutieren muss. Solange der Schritt zur allgemeinen Emanzipation versperrt ist, muss sich also Kritik im Falle Israels im Bewusstsein über die Besonderheiten dieses Gemeinwesens durchaus relativieren und etwas praktizieren, was in so Gesellschaften wie Österreich und Deutschland vor dem Hintergrund des Interesses an allgemeiner Emanzipation gar nicht möglich wäre und auf jeden Fall abzulehnen wäre, nämlich Staatskritik zum Wohle des Staates. Anders als in Ländern wie Österreich oder Deutschland können also in Israel Missstände kritisiert werden, um die Zustände zu verbessern. Kritik müsste sich also angesichts dieser Besonderheiten der israelischen Nationen darauf einlassen, diese Missstände in einer Art und Weise zu kritisieren, die letztlich nicht zur Behebung dieses Missstandes durch die Aufhebung seiner letzten Endes auch in Israel natürlich staatlichen Ursache führen möchte, sondern sich letztlich der zugegebenermaßen aussichtslosen Bemühungen verpflichtet, führt den Missstand zum Wohle des Staates und der Nationen, die ihn erst hervorgebracht haben, zu beheben. Unabhängig von diesen Missständen, wie ich es hier genannt habe, bleibt aber die Verteidigung gegenüber dem Antisemitismus der vorrangige Zweck der israelischen Nationen. Der im bürgerlichen Sinne durchaus revolutionäre Charakter dieses Nationalismus, also des Zionismus, liegt eben gerade darin begründet, dass der Zionismus als Hauptfunktion hat, Juden und Jüdinnen vor antisemitischer Verfolgung zu schützen. Vor diesem Hintergrund ist dann die israelische Nationen und damit also auch zwangsläufig der israelische Nationalismus von völlig anderem Charakter als jede andere Nation oder jeder andere Nationalismus. Ich habe vorhin relativ theoretisch versucht, das so zu fassen, dass ich gesagt habe, aus dem Fetischismus der bürgerlichen Produktionsweise resultierende negativen Vergesellschaftung bringt die Notwendigkeit einer verdinglichten Darstellung der gesellschaftlichen Beziehung in der Nation hervor und habe versucht auszuführen, wie diese bürgerlichen Subjekte zu dieser konformistischen Revolte drängen, die sich dann also eben in Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus ausdrückt und so weiter und so fort. Der israelische Nationalismus nun ist die Verteidigung genau gegen diesen Mechanismus nationaler Vergesellschaftung. Der israelische Nationalismus ist also die Reaktion auf den nationalen Wahn, also die nach Lage der Dinge bis heute einzig mögliche Antwort auf die nationalistische Raserei, eine nationalistische Raserei, die eben gerade im Antisemitismus zu sich findet. Und das heißt dann konkreter gesprochen in Bezug auf den israelischen Nationalismus auch, dass er bei all seinen Bemühungen um eine, also fast händeringenden Bemühungen um eine positive Bestimmung des eigenen Nationalismus, aufgrund so einer Konstellation, seiner negative Bestimmung nie ganz los wird. So, gerade so linkszionistische Arbeiterzionisten wie Bärbo Rochow und solche Leute, die haben schon Anfang des 20. Jahrhunderts davon gesprochen, dass unser Nationalismus, also der jüdische, der zionistische Nationalismus, natürlich negativen Ursprungs ist. Und das ist eine, ansonsten im Nationalismus sowohl für nie anzutreffende, ganz bewusstes Aussprechen dieser Negativität, die gar nicht mehr versuchen möchte, das positiv zu bestimmen. Wie gesagt, heute gibt es haufenweise Versuche in Israel, das sowohl in säkularer als auch religiöser Art und Weise in irgendeiner Form positiv zu bestimmen. Aufgrund der grundsätzlichen Konstellation, von der dieser Nationalismus ausgeht und aus der er entstanden ist, wird er aber eben seine negative Konnotation, seine, ich würde sagen, im besten Sinne negative Konnotation niemals ganz los. Ich versuche da langsam zum Ende zu kommen. Im Prinzip würde ich das Gleiche jetzt nochmal in fünf verschiedenen Wendungen sagen. Ich versuche es nur noch in einer zusätzlichen vielleicht nochmal, um es nochmal auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen. Materialistische Kritik, eine radikale Gesellschaftskritik, muss ich natürlich einen Begriff von Staat und Nation im Allgemeinen machen. Also im Prinzip immer damit anfangen, was ich am Anfang auch versucht habe und das müssen man natürlich erstmal viel ausführlicher machen. Man muss sich also einen Begriff im Allgemeinen von dem machen, was ist eigentlich ein Staat, was ist eigentlich die Nation und dennoch kann so eine Kritik eben nicht von den je unterschiedlichen Zwecksetzungen staatlicher Herrschaft und nationaler Vergesellschaftung abstrahieren. Es macht eben einen himmelschreienden Unterschied, ob ein Staat und eine Nation als ersten Zweck hat, die zusammenzufassen, die Reproduktionsbedingungen des Kapitals zu garantieren, also das, was im Sinne materialistischer Staatskritik die Hauptaufgabe staatlicher Gewalt ist, kann man bei Leuten wie Johannes Anglioli sehr gut nachlesen, der lang und breit versucht hat, gegen solche idealistischen Vorstellungen vom Staat, was der alles irgendwie können soll und machen soll, nachweist in erster Linie, es ist die Aufgabe eines Staates, die Reproduktion des Kapitals zu gewährleisten. Geht zurück bis vielbürgerliche Vertragstheoretiker wie John Locke, der klipp und klar noch ausgesprochen hat, die Aufgabe von Staatlichkeit ist der Schutz des Privateigentums, Punkt. Alles andere ist so ideologisches Blabla und so. Ist auch wichtig, aber das ideologische Blabla, das sollte man nie vernachlässigen, aber vom Kern her geht es eigentlich darum bei Staatlichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es einen Staat, dessen, einen einzigen Staat, dessen vorrangige Aufgabe es ist, die Vernichtung zu verhindern. Und das heißt, bei der israelischen Nation ist auch all das, was natürlich für eine materialistische Gesellschaftskritik, die sich Emanzipation verpflichtet fühlt, durchaus aufstößt. Also all das, was dieser israelische Staat macht, um auch die Reproduktion des Kapitals zum Beispiel zu gewährleisten, was notwendig ist in einer Welt, die in Staaten, Nationen und Kapitalakkumulationen organisiert ist. All das, was dieser Staat dort macht, was er auch an Repressionsmaßnahmen gegen seine eigenen Bürger vornimmt, was er an Repressionen und auch grauenerregenden Übergriffen gegenüber auf seinem Territorium lebenden Nichtstaatsbürgern vornimmt, was er in anderen Territorien dieser Welt so anrichtet. All das ist letzten Endes auf genau diese Funktion, nämlich die Verhinderung einer Vernichtung, rückgebunden. Und das ist eine staatliche Funktion und eine Zielsetzung einer Nation, die für materialistische Kritik außerhalb jeder Kritik steht. Und ganz im Gegenteil, eben ein guter Grund für emphatische Parteilichkeit und also auch für Solidarität ist. Und damit ich das nicht nochmal in fünf verschiedenen anderen Wendungen sage, höre ich an der Stelle einfach mal auf und wir können ja vielleicht gerne dann gleich in die Diskussion eintreten. Vielen Dank. Okay, dann wäre jetzt die Möglichkeit, kurz durchzuatmen und Fragen zu formulieren. Kritik, Anregungen, Vorwürfe. Ich denke, die ideale oder idealistische Richtweise, dass mit dem fortschreitenden Zeit der Menschengeschichte und so weiter ein stetiger Fortschritt passiert und vielleicht auch mit einer weiteren Ausbildung der Wachkurs hier in der Gesellschaft, dass dann irgendwann vielleicht zu einer überstaatlichen Regelung kommt. Das ist ja auf jeden Fall irgendwie erstmal so eine Sichtweise. Und dann gibt es ja jetzt die sogenannte Wirtschaftskrise, in der vor allem auch Linke wieder die Nation als Lösung anbieten, was ja dann irgendwie vielleicht doch gar nicht so in dieser idealistischen Sichtweise im Weltbild passt. Muss ich dazu was sagen? In der Frage steckt eine ganze Menge drin, da könnte man lang ausholen. Also zum einen als erstes fällt mir das aber nur nebenbei, als erstes fällt mir so ein zum Fortschritt von Markuse, gibt es da ein sehr schönes Wort. Also natürlich stimmt das. Also ich würde das für die Zeit vor dem Nationalsozialismus definitiv unterstreichen, die Menschheitsgeschichte ist eine Fortschrittsgeschichte. Ich halte überhaupt nichts davon, diesen Fortschrittsbegriff irgendwie völlig über Bord zu werfen. Die Herauslösung der Menschen aus den Naturverhältnissen, die Emanzipation der Menschen gegenüber der ersten Natur, also der Bedrohung, die eine Natur für menschliches Überleben mit sich bringt, ist eine Fortschrittsgeschichte. Und es ist eine Fortschrittsgeschichte, auch wenn die durch unglaubliche Blutbäder hindurchgegangen ist. Das ist eben dann einer der Aspekte der Dialektik genau dieses Fortschritts. ist einhergegangen mit unglaublichen politischen Fortschritten. Es gibt eben sowas wie die Französische Revolution, wo dann aber, deswegen ist mir das gerade eingefallen, Marcuse hat das mal gesagt, ja, da finden Sie halt die Guillotine. So schaut der Fortschritt in der bürgerlichen Gesellschaft halt aus. Also man erfindet neue Sachen, die man Leute am besten umbringt. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern mit der bürgerlichen Gesellschaft und das heißt auch mit der Nation wird ein extremer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte beschritten. Man löst sich also ja dann nicht nur mehr wie ganz früher irgendwie aus dem unmittelbaren Zwang der Naturverhältnisse, sondern man begibt sich auf diesen sehr widersprüchlichen und sehr wackeligen und sehr schwierigen Weg von freier Gleichheit und Brüderlichkeit, aber in einer gesellschaftlichen Verkehrsform, die dazu führt, dass diese Ideen in sich selber gleichzeitig ihre Negation beinhalten. was Leute wie Adorno und Hock immer dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, die Ideen von 1933 waren in Ideen von 1789 schon angelegt. Also die Ideen des Nationalsozialismus waren in diesen Ideen der französischen Revolution bereits mit drin. Man darf nur nicht den Fehler machen, die dadurch einfach in eins zu setzen, wie es einige linke Theoretiker und Theoretikerinnen gerne machen, teilweise so ein Beispiel zu geben, die Krisisgruppe hatte eine Zeit lang diesen Wahn, dass sie einfach Aufklärung per se für totalitär erklärt hat. Und am stärksten ist das natürlich im heutigen akademischen Bereich in diesen ganzen poststrukturalistischen französischen Unsinnstheorien vorhanden, wo das ganz explizit genau so ausgesprochen wird, wo gesagt wird, ja, die Aufklärung ist totalitär und wo genau dieser Unterschied nicht mehr gemacht wird. Nämlich der Unterschied zwischen einer tatsächlichen Aufklärung und einem tatsächlichen Fortschritt und dem Umschlagen dieser Aufklärung in die Barbarei. Der Gedanke der kritischen Theorie war ja eben gerade zu sagen, dass es die Gefährlichkeit gibt, dass die Ideen der Aufklärung in ihr Gegenteil umschlagen. Wenn sie in ihr Gegenteil umschlagen, dann sind sie immer nicht das Gleiche wie die Ideen der Aufklärung selber. Und deswegen ist es auch heute ausgesprochen notwendig, ohne allzu große Emphase, aber eben doch genau an diesen Ideen der Aufklärung festzuhalten und zu sagen, ja, sowas wie Freiheit und Gleichheit ist erstmal eine sehr gute Idee im Wissen der Dialektik von diesen Dingen. Und das ist etwas, was auch für die gesamte Menschheit und nicht nur für die europäischen Weißen irgendwie was ist. Und das ist nichts, was nur für die Kultur in diesem Breiten irgendwie eine tolle Angelegenheit ist, sondern das sind universalistische Ideen. Und es ist nicht rassistisch, das als universalistisch zu postulieren, sondern es ist rassistisch zu glauben, dass es Menschen gibt, die aus irgendwelchen kulturellen Empfindungen heraus das nicht haben möchten, weil die meisten von diesen Menschen das übrigens auch anders sehen. Aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Es gab im Rahmen in den 90er Jahren vor allem in dieser sogenannten Globalisierungsdebatte genau diese Diskussion, die du ja auch ansprichst, Verschwinden des Nationalstaates. Es gab so irgendwie die Vorstellung, dass durch die ökonomische Globalisierung der Nationalstaat sich letzten Endes irgendwie auflösen würde und dass es zu irgendwelchen supranationalen Einrichtungen käme. Das gab es in einer sehr idealistischen Vorstellung, die im Prinzip so, das hast du vielleicht gemeint, so eine Art Weltstaatlichkeit heraufziehen sah. Das geht dann so auf so Vorstellungen vom ewigen Frieden von Cannes zurück. Zweieinhalb Jahre nach dem deutschen Idealismus existiert er also offensichtlich noch, könnte man da sagen. Und andere Leute gab es, die das in einer negativen Art und Weise vorhergesehen haben. Aber es gab auf jeden Fall das als so eine sehr starke Strömung, dass man gesagt hat, dass die Zeit-Equivalisierung führt zu einer Überwindung der Nationalstaatlichkeit. Das ist weitgehend vorbei, diese Debatte, weil natürlich alle gesehen haben, dass das auch schon in den 90er Jahren nicht gestimmt hat. Natürlich war es so, dass in den 90er Jahren der Nationalstaat in gewissen Bereichen ganz bewusst als politische Entscheidung, nicht weil er getrieben war durch die Ökonomie, sondern weil die jeweiligen Politiker und Politikerinnen das so entschieden haben, gewisse nationalstaatliche Regelungsmechanismen einfach aus der Hand gegeben haben im Bereich der Ökonomie. Aber auch das ist eine Form nationalstaatlicher Regulierung, wenn man bewusst entscheidet, okay, wir verzichten in gewissen Bereichen auf nationalstaatliche Regulierung. Gleichzeitig ging das aber einher mit einer Zunahme nationalstaatlicher Regulierung, nämlich zum Beispiel im Migrationsbereich. Wenn man sich das Migrationsregime in den 90er Jahren anschaut, das ist ein, also dazu ist im Vergleich sind die 80er Jahre ein Witz. Da kann man sagen, in den 80er Jahren gab es noch gar kein wirkliches Migrationsregime, gab es natürlich, aber in dem Maße wie in den 90er Jahren Nationalstaaten oder Nationalstaatsbünde wie eben die EU sich das zu einer ihrer unmittelbarsten Aufgaben machen, wie es da auch zu einer unglaublichen Ausgabenerhöhung kommt, Aufrüstung und sowas, ist es eigentlich schon vor dem Hintergrund absurd, von einem Regelungsverlust der Nationalstaaten zu reden. Ich glaube, ich habe damals schon immer gedacht, das ist eine Verschiebung nationalstaatlicher Regelungs- und Aufgabenverteilung, die dort stattfindet. In diesem Bereich der Ökonomie ist es so, dass es da jetzt halt, das ist so zyklisch, das ist auch nichts Neues, dass es da jetzt wieder in die andere Richtung geht. Genau die gleichen Leute, die ja irgendwie früher erzählt haben, irgendwie der Staat muss sich aus der Ökonomie mehr raushalten, weil der freie Markt regelt ja schon alles von alleine, sagen ja, sagen jetzt, okay, hat nicht funktioniert, jetzt muss der Staat halt eingreifen. Den Fehler, den Linke da wiederholen ist, dass sie irgendwie nie zu dem Punkt kommen, mal zu sagen, dass ja irgendwie offensichtlich Markt und Staat irgendwie zusammengehören und dass das beides eben die zentralen Ordnungsinstanzen von dieser Form von Gesellschaft sind, also von einer wertverwertenden, kapitalakkumulierenden Gesellschaft, die funktioniert nicht allein durch den Staat und nicht allein durch den Markt, sondern über genau diese beiden Instanzen und in periodischen Abständen ist mal das eine favorisiert und mal das andere, das ändert aber nichts an dem eigentlichen Prinzip und wenn man dann immer irgendwie die ganzen Folgen dieses Prinzips zitiert, wie das zum Beispiel so Gruppen wie Attacca durchaus richtig machen, die zitieren das Elend auf der Welt, die bringen ganze Bücher heraus, wo sie relativ richtig das Elend in der Welt beschreiben, also die Tatsache, dass zwischen zwei Drittel und drei Viertel der Menschheit schlicht einfach an Massenelend lebt, und dann sagen sie, so, wir hätten gerne eine neue Steuer, also ich weiß nicht, wenn irgendwie drei Viertel der Menschen am Gruppieren sind, soll man sich vielleicht mal was anderes überlegen als eine neue Steuer, also da wird versucht mit sehr überkommenen und alten Ideen, die letzten Endes natürlich, wenn sie dann in gewissen Formulierungen gebracht werden, auch was sehr Autoritäres haben, weil der Staat soll es dann halt wieder richten, diesem Elend in der Welt zu begegnen, diese Leute führen auch gar keine Diskussion darüber, dass das, was sie jetzt so stark wieder einbringen, inzwischen ja eigentlich alle fordern. Und auch das ist nicht erst jetzt mit diesen Krisenerscheinungen, wie wir sie seit ungefähr anderthalb Jahren kennen, so eingetreten, sondern IWF und Weltbank haben ungefähr ab Ende der 90er Jahre die weitsichtigeren IWF und Weltbank-Manager, die immer so angegriffen werden in der Linken und auch bei der Tag haben gesagt, wir brauchen eine viel bessere Finanzmarktaufsicht. Das ist aus dem Ruder gelaufen, das ist ein Mangel an Regulierung, also Attac sagt genau das Gleiche, wie die weitsichtigen Krisenverwalter des kapitalistischen Weltsystems und deswegen sind sie eigentlich auch nichts anderes. Sie sind weitsichtige Verwalter des kapitalistischen Krisensystems, die aber dazu noch irgendwie so eine Art moralischen Mehrwert für sich in Anspruch nehmen wollen und das Ganze also auch noch als irgendwie fortschrittlich und emanzipativ verkaufen möchten. In vielen Ausprägungen machen sie aber eben noch viel mehr. Dadurch, dass sie den Nationalstall wieder so als etwas Positives in den Vordergrund stellen, negieren sie natürlich all das, was ich an Kritik der Nationen dort versucht habe vorzubringen. Nämlich zum Beispiel das exklusive Prinzip jeder Form von Nationalstaatlichkeit. Also dass zum Beispiel all das, was die fordern, in der Regel dann ja eben nur für Nationalstaatsbürger gilt. Oder zumindest nur für die Menschen, die auf diesem Territorium leben. Klar, da sagen heute alle, ja, wie soll es noch anders funktionieren, aber man muss es ja erstmal konstatieren. Okay, also jeder Fortschritt, der heute im Rahmen eines Nationalstaats gemacht wird, schließt alle, die nicht zu diesem Nationalstaat gehören, in der Regel aus. Das ist also eine Form von Exklusivität, die dort praktiziert wird, die vor dem Hintergrund eines Anspruchs auf allgemeine Emanzipation nicht zu akzeptieren ist und die also Gegenstand der Kritik werden muss. Okay, dann würde ich jetzt gerne eine Frage stellen. Und zwar erklärst du oder beschreibst du die Kritik der Nation als Fetisch der wahrenproduzierenden Gesellschaft. Jetzt ist ja das Problem, was sich dann auftut, dass der deutsche Nationalismus dem Grunde nach seit 1820 existiert, während aber die wahrenproduzierende Gesellschaft in Deutschland erst in den 1840er Jahren nämlich mit der Industrialisierung reinsetzt. Wie kannst du sozusagen das Phänomen Nationalismus aus dem zweiten Phänomen nämlich der wahrenproduzierenden Gesellschaft erklären, die 20 Jahre später erst eintritt? Das klingt jetzt nach sehr ausweichenden Antworten, was ich sagen werde, aber es geht glaube ich nicht anders. Also erstmal gibt es eine endlose Debatte darüber, wann es wahrenproduzierende Gesellschaften gibt, sondern es gibt Leute, die sagen, es fängt in der Antike an. Den Begriff habe ich davon nicht. Also das ist natürlich früher, aber trotzdem, also wenn man, ob man jetzt sagt 1820 oder 1840, also das ist eine andere Diskussion. Da kann man nicht darüber reden, das eine war wahrenproduzierende Gesellschaft und das andere nicht. Auch in Deutschland beginnt Warenproduktion natürlich deutlich früher. eine durchgesetzte kapitalakkumulierende Vergesellschaftung gibt es, da kann man sich auch wieder streiten, aber da würde ich sagen, okay, das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Also das ist später in Deutschland noch als irgendwie 1840 oder so, das ist nachholende Entwicklung. Das funktioniert dann eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Darum geht es aber auch nicht so. Es geht darum, dass man aus den grundlegenden Bewegungsgesetzen so einer Vergesellschaftung, die Marx ja nicht zufälligerweise am englischen Beispiel versucht hat zu beschreiben, allgemeine Aussagen über auch die Nation trifft, die dann auch für andere Gesellschaften, in denen sich so eine Gesellschaft anfängt durchzusetzen oder bereits durchgesetzt ist, das ist für so eine allgemeine Bestimmung würde ich sagen, egal, dort eine Verbindung herzustellen. Warum versucht Marx das am Beispiel Englands, die Grundgesetze kapitalistischer Warenproduktion darzustellen? Er sagt, das ist die Gesellschaft, wo das am weitestgehend fortgeschritten ist zur damaligen Zeit. Na gut, er saß dann auch in London, insofern war das naheliegend, aber er gibt ja selber genau diese theoretische Vergründung, warum er das macht. Und auch da beschreibt er eben, also er unterstellt theoretisch in gewisser Weise durchgesetzte Warenproduktion, hat aber ja, also durchgesetzte kapitalistische Warenproduktion, hat aber ja trotzdem nicht den Anspruch, dass das dann irgendwie nur für Gesellschaften gelten soll, wo das wirklich durchgesetzt ist. Ansonsten müsste man nämlich sagen, die ganze marxische Kritik der politischen Ökonomie geht eigentlich erst für heute. Weil genau genommen wird in all diesen Überlegungen von Marx in der politischen Ökonomie auch so etwas wie ein Weltmarkt unterstellt, der in der Form, also nämlich mit wirklich durchgesetzter Kapitalakkumulation damals natürlich überhaupt nicht existierte, die von Marx aber antizipiert wird in dieser Kritik, weil er von den, ich glaube so ungefähr geht das Zitat, von äußeren Einflüssen möglichst ungetrübt die Sache als solche darstellen möchte. Und auf der Ebene der Darstellung habe ich versucht so eine allgemeine Kritik der Nation zu formulieren, auch die Kritik am deutschen Nationalismus bewegt sich da erstmal auf dieser allgemeinen Ebene. Wenn man das jetzt konkret historisch diskutieren würde, dann wäre das ein völlig anderer Vortrag, den müsste man anders aufbauen und so weiter und so fort. Wichtig ist aber, vielleicht braucht noch was dazu, ich habe das eben gesagt, Deutschland ist eine nachholende Nation und das ist für diesen deutschen Nationalismus natürlich extrem wichtig. Also zum einen entwickelt er sich irgendwie in diesem Abwehrkämpfen gegen irgendwie Frankreich und zum anderen bekommt er aber seine bereits ja auf den faschistischen Volksstaat sich hin orientierende Konnotationen, insbesondere in den 70er, 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, also nach dieser Reichsgründung, nach dieser ganz eindeutig verspäteten Nationswertung, die gleichzeitig eben einhergeht mit dem, was ich versucht habe, mit diesem sehr komplizierten, aber wie ich finde, sehr treffenden Zitat von Clemens Nachbarn auf den Punkt zu bringen, dass eben auch der deutsche Staat da eine ganz besondere Rolle spielt, der sich an die Spitze dieser antibürgerlichen Volks- und Nationsbewegung setzt und dadurch diese Volksstaatlichkeit der Gemeinschaft von Staat und Kapital bereits herstellt, in die sich dann einerseits erzwungen, andererseits freiwillig die deutsche Arbeiterbewegung integriert. Das sind diese Besonderheiten, die dann konkret historisch beim deutschen Nationalismus schon sehr viel auszumachen sind. Also im Grunde genommen genau das, was Helmut Plessner auch mit verspäteten Nationen beschreibt. Das macht nicht nur Helmut Plessner, das ist so ein ganz gängiger Terminus inzwischen, dass man von der verspäteten Nationen und Nationsbewegung spricht, was dann übrigens nicht nur für Deutschland gilt, sondern ja auch für diese ganzen Nationskonzepte, die sich eben an Deutschland orientieren. Einerseits für den osteuropäischen Ländern, in Österreich sowieso, aber das ist auch der Grund dafür, warum gerade die ganzen arabischen Nationalisten in den 20er Jahren, sich eben nicht in der Regel, nicht irgendwie am republikanisch-westlich orientierten Nationsideal orientieren, was von der Idee her, das ist natürlich auch viel Ideologie und das stimmt in der Wirklichkeit alles gar nicht so, aber von der Idee her eine politische Vorstellung haben, wo man sagt, es gibt eine Verfassung und wer sich mit dieser Verfassung einverstanden erklärt, kann theoretisch Staatsbürger dieser Nation werden, wo hingegen das in Deutschland eben eine Schicksalsgemeinschaft ist, die auf Blut und Boden rekurriert, und die offensichtlich das Erfolgsmodell für diese nachholende Entwicklung ist. Und diese arabischen Nationen, wenn man sich die Diskurse, wenn man das auf der Uni sagt, man das so, glaube ich, in den 10er und 20er Jahren in den arabischen Ländern anschaut, insbesondere in Ägypten, aber auch in Syrien und so, dann beziehen sich diese Leute ganz explizit auf den deutschen Nationalismus, auf Leute wie Fichte. Fichte, der eine dezidiert antisemitische Nationskonzeption verfasst hat. Da geht das Zitat, die Juden werden nur einmal einen Tag der Freiheit erleben, an dem sie geköpft werden, sinngemäß, so ungefähr. Das ist eines der wichtigen großen Fichte-Zitate, aber die ganze Konzeption ist eben dieses romantische, letzten Endes gegen die französische Revolution gerichtete deutsche Nationskonzept. Darauf beziehen sich die arabischen Nationalisten, darauf beziehen sich die Begründer auch der Ba'ath-Partei, also jener Partei, aus der dann Leute wie Hussein und Assad heute in Syrien entstanden sind. Das sind Leute, also das ist keine, das ist ja keine Unterstellung böser antideutscher Ideologiekritiker, wenn man sagt, da gibt es irgendwie ideologische Überschneidungen, sondern diese Leute selber haben sich genau in diese Tradition gestellt. Michelle Aflack, solche Leute, haben neben Fichte immer darauf verwiesen, dass irgendwie die deutschen Nationstheoretiker das sind, woran sie sich orientieren, das ist, worauf sie sich beziehen. Spätere arabische Nationalisten wie Hussein haben gesagt, mein Kampf ist das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts, also wo es dann ganz eindeutig genau darum geht. Es ist eine Konstruktion eines, man könnte es fast zugespitzt so sagen, eines antiimperialistischen Nationalismus. Also ein Nationalismus, der natürlich dann selber imperialistisch wird, im Sinne dessen, dass er andere Gebiete erobern will, andere Leute unterdrücken möchte, aber der von seinem Gedanken her erstmal, wenn er sich in die Welt setzt, gegen die bestehenden Mächte wendet. Und auch das waren dann nicht zufälligerweise recht ähnliche wie Deutschland, also real gegen England und Frankreich, wie das eben auch in arabischen Ländern gegen die Kolonialmächte gewesen ist, sondern eben, also auch real im Durchsetzen, aber völlig wahnsinnig in der Ideologie landen sie dann alle letzten Endes bei einem üblen Vernichtungsantisemitismus, der eben all das, was man als, ich habe es vorhin schon ein versucht, diese Floske zu drücken, abstrakt, volksversetzend, die Nation zerstörend, also als all das, was einem selber am eigenen Fortkommen hindert, in Juden und Jüdinnen biologisiert und dingfest macht. Was, wenn wir gerade schon dabei sind beim arabischen Nationalismus, dieser Antisemitismus in dieser arabischen, islamischen Welt ist eben nicht auch einfach nur etwas, was da, weil es klingt bei manchen Leuten dann so, als wenn es da der Imperialismus, auch noch den Antisemitismus da implementiert hat. Das ist eine eigenständige Leistung, wenn man das so nennen kann, der arabischen und islamischen Gesellschaften. Natürlich lesen die dann das Zeug irgendwie aus Europa und so und es gibt diese Kontakte, aber genauso wie das in Europa eine Reaktion, eine wahnhafte, projektive Reaktion auf den Prozess kapitalistischer Modernisierung ist, der Antisemitismus, genauso ist das auch in diesen Ländern der Fall. Und es ist natürlich auch erst recht nicht irgendwie nur eine Reaktion auf den Zionismus. Die Moslembrüller in Ägypten machen es in den 1920er Jahren, 28 Jahre, bevor der Staat Israel überhaupt gegründet wurde, verbreiten die üble Pamphlete gegen Juden und Jüdinnen, gegen die jüdische Weltherrschaft, brennen das jüdische Viertel in Kairun nieder und so weiter und so fort. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Dank Kohn kann Ideologiekritik expositiv werden. Also ist materialistische Kritik am Start eine spezifisch-deutsche Kritik? Wenn Sie gut ist, ist es eine spezifisch-antideutsche Kritik. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Also in der Regel darum braucht man nur aus deutscher Perspektive überhaupt die Kritik zu entwickeln kann mit der matischen Kritik und mit der kritischen Chirurgie zusammen auch quasi westliche Kritikkeiten nicht aus Deutschland kommen und damit nicht aufgrund dieser Chirurgien kritisieren überhaupt zu der Erkenntnis kommen. Also mein Ding... Achso, ja natürlich können die... Also das ist ja... Es gibt ja irgendwie keine nationalen Erkenntnisschranken. Es ist de facto so, dass es halt... dass diese Kritik, weil die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zwar nicht bei der Mehrheit der Linken und der Gesellschaftskritiker, aber eben doch immer und nicht erst seitdem es irgendwie sogenannte Antideutsche gibt, sondern schon immer eine Minderheit gegeben hat, für die das eben doch eine zentrale Rolle gespielt hat, dass da die Diskussionen einfach weiter sind, würde ich mal sagen und breiter Raum gegriffen haben. Aber ich komme viel rum in der Welt und in fast allen Ländern, wo ich mich irgendwie aufhalte, gibt es entweder einzelne Leute, die in eine ganz ähnliche Richtung argumentieren und auf jeden Fall gibt es so gut wie überall irgendwelche natürlich sehr kleinen Gruppen, die sich ausgesprochen stark dafür interessieren. Unter anderem deswegen, also oft es gibt unterschiedliche Zugänge, mal weil, also in arabischen und islamischen Ländern genau wegen dem, was ich gerade eben ausgeführt habe, weil die Leute dort selber, also wenn man mit vernünftigen Linken im Libanon oder sowas redet oder in nordafrikanischen Ländern, weil die selber ganz genau wissen, wie diese Verbindungslinien zwischen dem deutschen Nationalismus und Nationalsozialismus und sowohl dem arabischen Nationalismus, auch in seinen angeblich sozialistischen Ausprägungen, arabischer Sozialismus, Nasser und so Leute, als auch wie die Überschneidung, die ideologischen Schnittmengen und auch die historische Kooperation zwischen dem Islamismus und dem deutschen Nationalsozialismus gewesen ist. Weil sie das kennen, interessieren die sich natürlich brennen für solche Überlegungen und können da sehr viel mit anfangen. In anderen Ländern ist es oft so, dass es einfach ein Interesse an dieser spezifischen und relativ neuen Interpretation der marxischen Kritik der politischen Ökonomie gibt. Also ich war gerade in den USA zum Beispiel, da gibt es nicht nur Moshe Postone, der in Chicago der Professor ist, sondern es gibt inzwischen auch die Young Postonians, also so die Schüler von Postone sozusagen, die eine eigene Zeitschrift haben und so und versuchen auch die Debatten, die dann über diese Neuinterpretation der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die Postone ja auch mitbefördert hat, als einer, auch den anderen Strang der postonischen Kritik, nämlich die Weiterentwicklung oder den Versuch der Weiterentwicklung, diese Antisemitismuskritik, wie sie bei Adorno und Horkheimer angelegt war, über die ich ein paar Worte gesagt habe, den auch aufzugreifen und vor dem Hintergrund also auch die Debatten, die viel unmittelbareren politischen Debatten, die dann daran gebunden sind, wie sie vor allem im deutschsprachigen Raum natürlich geführt werden, auch zu rezipieren und zu diskutieren. Also das findet statt und ich glaube auch, dass es wirklich unmöglich wäre zu sagen, da gibt es irgendwie eine Erkenntnisgrenze oder Schranke. Vor allem deswegen, weil ich ja gesagt habe, es deutet sich an, dass das, was ich hier versucht habe, in einem ideologiekritischen Sinne als deutsches Krisenlösungsmodell zu fassen, dass sich das zusehend globalisiert. Also gewisse Entwicklungen, die in Lateinamerika zum Beispiel stattfinden, in diesen neuen linken Entwicklungsdiktaturen, die sich dort etablieren, die lassen sich wahrscheinlich nur genau vor so einem Hintergrund auch tatsächlich beschreiben. Und insofern wäre das eigentlich sogar abwegig, wenn, da gibt es ja auch linke Oppositionelle, linksradikale Oppositionelle in Lateinamerika zum Beispiel, die massiv den Schavismus kritisieren. Das sind Leute, die die deutsche Linke nicht so gern hört. Es wäre sehr naheliegend, wenn die versuchen würden, sich auf das Analyseinstrumentar und der kritischen Theorie zu beziehen und zu berufen. Und ich predige, dass seit 15 Jahren einer großen Fehler der antideutschen Bewegung ist, dass sie so fürchterlich deutsch ist und so deutsch zentriert und sich wenig Gedanken darüber macht, wie man sich eigentlich international vernetzt und mit internationalen Genossen und Genossinnen in Kontakt tritt und mit denen die Diskussion sucht. Nachdem das bis heute noch nicht so wirklich stattgefunden hat, sollte man es in Zukunft vielleicht viel mehr verstärken, was du meintest, beginnen würde, dass man zum Beispiel Texte übersetzt. Was du gerade gesagt hast, zum Thema Lateinamerika, ist ja auch Teil der irgendwie vielleicht dieses positive Bezug auf das neue Deutschland. Es wird ja auch erwähnt, dass ja die deutsche soziale Marktwirtschaft sehr positives ist und das ist dann wieder ein Aspekt des neuen geläuterten Deutschlands, also nur ein Aspekt der vielleicht in der anderen Richtung läuft, als vielleicht wir dürfen jetzt wieder stolz sein, allein das wir, aber vielleicht kannst du noch was für die neuen Leute in Deutschland sagen, dass dann auch sich auf Ausschnitt als Gründungspunkte und so weiter. Ja, also da wird es dann natürlich tatsächlich konkreter. Das sind Sachen, die ich ganz bewusst einfach mal rausgelassen habe aus dem Referat, die aber natürlich extrem wichtig sind. Es gibt eine ganz eindeutige eine Transformation dieses deutschen Nationalismus von, sagen wir mal, den 80er Jahren bis heute. In den 80er Jahren war das eine mehr oder weniger klassisch postnationalsozialistische Gesellschaft, wo es immer noch sehr stark darum ging, dass vor allem die Leute, die einem so diese rechtere Vorstellung, damit man jetzt keine Nazis, sondern konservative und rechte Sozialdemokraten, die relativ kommunal waren damals, diese klassischen Abwehrstrategien gehabt haben, die gesagt haben, naja, über die Nazi-Zeit am besten redet man da gar nicht und wenn man darüber redet, dann halt in einer ganz bestimmten Art und Weise, dass es diesen Entschuldigungs- und Abwehrdiskurs gegeben hat und solche Sachen. Das ändert sich langsam nach der Wiedervereinigung. Erstmal gibt es in der Wiedervereinigung ein Aufblitzen des klassischen, sehr aggressiven deutschen Nationalismus. Das war der Grund dafür, warum ich das so sagen darf, Leute wie wir damals Formulierungen geträgt haben, wie es droht ein Viertes Reich und so etwas. Es gab damals gute Gründe dafür, genau sowas zu befürchten. Das war so, dass man, wie man so angefangen hat, darüber zu diskutieren, was passiert eigentlich, wenn sich dieses Deutschland wieder vereinigt. Und ich meine, klar, es gab so Leute, die einfach der post-schalinistischen DDR nachgetraut haben. Das hatte man als jemand, der irgendwie die kritische Theorie ganz gut findet, nicht so auf dem Plan. Aber man hat sich überlegt, was heißt das, wenn das letzte sichtbare Symbol für die deutsche Schuld am Vernichtungskrieg und der Shoah einfach verschwindet. Und dann hat man so spekuliert. Man hat gesagt, ja, in fünf Jahren gibt es für Deutschland dann vielleicht Krieg und in zehn Jahren gibt es vielleicht Pogrome. Und dann gab es das aber irgendwie ein paar Monate später. Das heißt, die Erwartung der Leute, die eigentlich die einzigen waren, die versucht haben, eine scharfsinnige Analyse dessen zu machen und die also eher dazu geneigt haben, das zu übertreiben, haben sogar noch Unrecht behalten. Also es hat nicht irgendwie mehrere Jahre gedauert, bis es rassistische Pogrome gab unter Beteiligung großer Teil der Bevölkerung, worauf die deutsche Politik mit der Abschaffung des Asylrechts reagiert hat. Also eine klassische Kooperation von Mob und Elite, die man in den 80er Jahren eigentlich immer nur theoretisch benannt hat, die es aber so konkret gar nicht gab. Die gab es dann in kürzester Zeit nach der Wiedervereinigung. Deutschland hat sich um Sitz im Wettsicherheitsrat gemüht. CDU-Politiker haben plötzlich über Königsberg und Ostpreußen wieder geredet und so. Also es gab einfach, es gab eine Remilitarisierung, es wurde als Chance gewertet, auch von bis in die rechte Sozialdemokratie hinein, dass die Alliierten dann endgültig abziehen werden und das ganze Zeug. Also es gab eine ganz offensive, aggressive Renationalisierung. Vor dem Hintergrund war es erstmal nicht unbegründet, aber in der Rückblick falsch, von einem vierten Reich zu sprechen. Weil relativ bald hat sich gezeigt, dass es eben nicht auf ein viertes Reich hinausläuft, was ja quasi darauf setzen würde, genau in diesen klassischen nationalsozialistischen und auch faschistischen Formen so eine Renationalisierung zu befördern. Stattdessen kam quasi Rot-Grün. Und das hat eine, das hat die Sache ja nicht besser gemacht, sondern nur anders. Das hat also eine Modernisierung dieses Nationalgefühls und das Selbstverständnis der deutschen Nation befördert, wo man plötzlich sich unglaublich intensiv mit dem deutschen Nationalsozialismus beschäftigt hat. Intensiv in quantitativer Hinsicht, nicht in qualitativer. Dass man also den Fernseher gar nicht mehr anschalten kann, ohne dass man irgendwie Guido Knopp oder irgendeinen anderen Historiker hört, der über die Nazi-Zeit redet. Und dass es haufenweise Projekte gibt, die sich eben mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Besonders gerne auch mit dem Täter und irgendwann dann plötzlich mit dem Leid der Täter. Und das ging aber eben erst, nachdem man klar endlich mal gesagt hatte, ja, das sind Täter. Wir sind Täter. Wir haben den Holocaust gemacht. Und also es fehlen ja noch so ein paar Sachen. Also es ist noch nicht so ganz im öffentlichen Bewusstsein. Es gehört noch nicht zum Diskurs, wenn man sagt, ja, und wir haben 27 Millionen Sowjetbürger ermordet. Also es fehlen so ein paar Details noch in diesem neuen Selbstverständnis der deutschen Nation. Aber zumindest beim Holocaust sagt man heute ganz selbstbewusst quasi, ja, das waren wir. Und es war auch einmalig. Das kann sonst keiner. Wenn man das dann einmal hat, dann kann man auch sagen, ja, aber auch die Täter waren Opfer. Und das ist, also das hat man innerhalb von ungefähr 18 Jahren hat man das hinbekommen, dass das auch international akzeptiert wird, dass die Deutschen inzwischen halt, wenn sie über Nationalsozialismus reden, auch über die Schoah reden, aber eben auch über die Wilhelm Gustloff. Wenn man das Anfang der 80er Jahre gemacht hätte, wäre es in der Bundesrepublik Deutschland ein Skandal gewesen, das zu machen und international sowieso. Der englische Boulevard hätte gleich mal losgeschossen. Aber auch auf einer politischen Ebene hätte es Kritik daran gegeben, wenn irgendwie eine große, wichtige deutsche Verhältniszeitung so ein Artikel veröffentlicht, wo man ungefähr so argumentiert. Das ist heute deutsche Normalität. Das ist das neue Nationalgefühl sozusagen. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Österreich zum Beispiel. In Österreich gibt es nach wie vor viel eher diese traditionelle, klassische Form einer post-nazistischen Gesellschaft. Es geht auch in Österreich noch viel mehr. In Österreich ist vor ein paar Monaten ein Mitglied der Burschenschaft Olympia, das ist schlichtweg eine Nazi-Burschenschaft, zum dritten Nationalratspräsidenten gewählt worden, also österreichisches Parlament. Und zwar nicht nur mit den Stimmen der FPÖ, sondern mit fast allen Stimmen der Sozialdemokraten und der Konservativen. Das ist in Deutschland heute unvorstellbar. Das ist Deutschland 50er Jahre. Da hat man die ganzen alten SSler und solche Leute da irgendwie auch im Staatsministerium als Staatssekretäre sitzen gehabt, als Minister und NSDAP-Mitglieder als Bundeskanzler und lauter so etwas. Aber heute wäre sowas in Deutschland vermutlich nicht möglich. Also da ist man zivilisiert, neu, modern, demokratisch, entnazifiziert. Und weil man das ist, kann man heute viel selbstbewusster wieder deutsche Interessen in der ganzen Welt vertreten. Das ging natürlich auch ganz stark mit dem Jugoslawien-Krieg einher. Das erste Mal, dass deutsche Trocken also wieder im Ausland eingesetzt werden. Tornade, deutsche Flugzeuge haben zum dritten Mal im 20. Jahrhundert, also Belgier bombardiert. Und diesmal eben nicht um ein neues Auschwitz anzurichten, sondern um es zu verhindern. Also das Auschwitz, was man da dann irgendwie den Serben unterschieben wollte. Das war der Beginn dieses neuen, merkwürdigen Staatsantifaschismus, der wirklich zur vorherrschenden Ideologie dieser Berliner Republik geworden ist. Aber nochmal, da ist wirklich nicht viel Gutes dran zu finden, sondern das ist einfach die neue Form dieses Nationalismus. Wie verloben der ist, sieht man insbesondere, wenn man sich anschaut, dass das hinsichtlich der Kooperation und auch Unterstützung und Finanzierung der arabischen und islamischen Antisemiten, insbesondere im Iran, ich habe schon angeht, rot, ich komme immer auf das Thema zu sprechen, wenn man sich die anschaut und gleichzeitig diese völlig hohen Phrasen dann irgendwie hört, die die deutsche Kanzlerin irgendwie sagt, die Verteidigung Israels gehört zur Staatspräsion der Bundesrepublik Deutschland, dann sieht man, dass sich in der realen Praxis, also mit wem man nach wie vor unmittelbar zusammenarbeitet, nicht sehr viel geändert hat. Aber trotzdem ist es eine ganz wichtige Transformation, denn das eigene nationalen Ideologie, die da stattgefunden hat. Vielleicht ist auch das für zukünftige Holocaust wegweisend, also dass man in Zukunft dann gelernt, also falls irgendwelche Länder in der arabischen und islamischen Welt doch nochmal in der Lage sein sollten, ein ernsthaftes Massaker unter Juden anzurichten, mit deutscher Finanzierung und Unterstützung, dann weiß man vielleicht in Zukunft, also das ist ja leider das Ergebnis von nach 1945, die Deutschen haben bewiesen, man kann sowas machen. Das ist vielleicht was, um nochmal grundsätzlich zu werden, wenn man die deutschen Nationen redet, man könnte so einen Vortrag natürlich auch, wenn er am 3. Oktober stattfindet, beginne ich den eigentlich immer damit, man muss als erstes mal feststellen, die Existenz einer deutschen Nation nach 1945 ist ein Skandal. Dass es so etwas gibt, nachdem man 6 Millionen Juden ermordet hat und 27 Millionen Sowjetbürger dahin gemetzelt hat und noch ein paar Millionen andere Leute umgebracht hat, dass es danach diese Nationen noch gibt, ist erstmal ein Skandal. Das kann, also davon ausgehen, müsste man überhaupt erst jede weitere gedankliche Entwicklung irgendwie betreiben. Wenn man das jetzt nicht vor so einem Publikum, sondern vor einem anderen macht, kommt man dann meistens nicht mehr sehr weit mit seinem Vortrag. Aber das ist ja keine irgendwie fiese Polemik, wenn man sowas sagt, sondern das ist die ganze Wahrheit. Es ist eine, nach der eigentlichen Katastrophe der Shoah, fand noch eine weitere geschichtsphilosophische Katastrophe statt, nämlich, dass bewiesen wurde, man darf so etwas machen und es passiert einem nachher so gut wie gar nichts. Das heißt nicht, es hat haufenweise, um es vorsichtiger zu formulieren, haufenweise individuelles Leid nachher gegeben, sogar von den wenigen unschuldigen Deutschen, wie es damals gegeben hat. Das ändert aber nichts an dieser geschichtsphilosophischen, richtigen und notwendigen Feststellung, dass es welthistorisch eine Katastrophe war, dass dieses Volk ungeschoren davon gekommen ist. Dass auch selbst nach so altbürgerlichen Gleichheitsgrundsätzen hätte es natürlich irgendwie 27 Millionen Tote in der Ostblockzone geben müssen. Hat es natürlich nicht gegeben, weil diese Leute, selbst nachdem die Deutschen da eingefallen sind, trotzdem nicht dermaßen dehumanisiert wurden, dass sie jetzt irgendwie gemeint haben, sie müssen Gleiches mit Gleichem vergelten. Im Gegenteil. Letzten Endes hat man angefangen, diese Länder auf unterschiedliche Art und Weise und unterschiedlich erfolgreich wieder aufzubauen. Das Resultat von 6 Millionen ermordeten Juden durch die Deutschen und das Resultat eines Vernichtungskrieges ist in Westdeutschland Wirtschaftswunder. Und heute gesamtgesellschaftlich gesehen die Tatsache, dass Deutschland eine der wichtigsten und stärksten Nationen dieser Welt ist. Das heißt, es geht. Und das weiß seitdem jeder Antisemit auf der Welt. Man kann 6 Millionen Juden ermorden. Es wird einem nicht viel passieren nachher. Das ist ein weiterer verdammt guter Grund für den Zionismus und die militärische Selbstverteidigung des Staates Israel. Denn in Israel wissen das alle, dass das das nächste Mal wahrscheinlich sehr ähnlich ablaufen wird, was die Weltgemeinschaft angeht, einschließlich der ach so verbündeten Länder und positiv eingestellten Länder gegenüber dem Staat Israel. Gibt es nach so viel Zynismus noch weitere Fragen? Das war noch gar nichts. Okay, dann im Namen des hochschulpolitischen Referats und der AG Antifa ganz herzlichen Dank für dein Kommen, ganz herzlichen Dank für euer Kommen und ich hoffe, es gibt noch zahlreiche fruchtbare Diskussionen im Nachgang jetzt. Herzlichen Dank. Da gibt es verbilligte Bücher.